In Aufgabe 4.1 geht es um die Zeichenkettensuche, speziell um Multisearch. Hier sollen wir überprüfen, ob eine Zeichenkette aus einer Menge von Zeichenketten im Text vorkommt. In Aufgabenteil A sollen wir hierfür ein NFA angeben, der genau dann akzeptiert, wenn eines der Wörter Ananas, Anona oder Noni im Text enthalten ist. Den NFA sollen wir wie im Abschnitt 6.2 der Vorlesung beschrieben konstruieren. Gucken wir uns am besten mal an, wie so ein NFA aussehen soll. Als erstes interessieren uns die Zustände. Wir möchten einen Zustand für jedes Präfix von jedem Wort haben, wobei mehrfach vorkommende Präfixe in genau einem Zustand resultieren. Nun schreiben wir uns alle Präfixe der Wörter Ananas, Anona und Noni auf. Am einfachsten können wir alle Präfixe auflisten, wenn wir mit dem leeren Wort beginnen und dann nach und nach Buchstaben hinten anfügen. Also schreiben wir zunächst das Präfix der Länge 0 auf, gefolgt von den Präfixen der Länge 1 bis N, wobei N die Länge des Wortes ist. Für Ananas wären dies beispielsweise das leere Wort Epsilon, gefolgt von den Präfixen A, AN, ANA und so weiter. Für Anona sieht das Ganze ähnlich aus. Hier fangen wir wieder mit dem leeren Wort an, gefolgt von den Präfixen A, AN, ANN und so weiter. Für Noni funktioniert das Ganze analog. Wie schon gesagt, resultieren identische Präfixe in einem gemeinsamen Zustand. Aus diesem Grund können wir zweimal das leere Wort Epsilon und jeweils einmal das Präfix A und ANN streichen. Nun machen wir noch schnell aus den Präfixen Zustände. Jetzt ist der Startzustand das leere Wort. Die akzeptierenden Zustände sind genau die Wörter, die wir suchen. Also ANANAS, ANONA und Noni. Um den NFA fertigzustellen, müssen wir nun nur noch die Transition einzeichnen. Der Zustand Epsilon hat eine Transition, die beim Lesen von jedem Zeichen im Zustand bleibt. In die akzeptierenden Zustände haben wir der Startzustand eine Transition, die bei jedem gelesenen Zeichen im Zustand bleibt. Sonst haben wir Transitionen für genau die Zeichen, die wir an die Präfixe der Länge L anhängen, um Präfixe der Länge L plus 1 zu erhalten. Zum Beispiel bei dem Zustand AN gibt es die Transition, die beim Lesen eines N in den Zustand ANN übergeht und die Transition, die beim Lesen eines A in den Zustand ANA übergeht. Anschließend zeichnen wir noch die restlichen Transitionen ein und haben einen NFA, der genau dann akzeptiert, wenn eines der Wörter ANANAS, ANONA oder Noni im Text vorkommt. Und damit haben wir Aufgabenteil A gelöst. Weiter geht's mit Aufgabenteil B. In Aufgabenteil B sollen wir dann den NFA in einen äquivalenten DFA überführen. Die Herleitung soll aber wie in Abschnitt 6.2 der Vorlesung erfolgen und eben nicht über die Potenzmengenkonstruktion. Dann sollen wir für mindestens eine der neu eingefügten Transitionen die Korrektheit begründen. Unten habe ich den NFA aus Aufgabenteil A noch einmal leserlich neu gezeichnet. Wir werden diesen Automaten jetzt in einen DFA überführen. Zunächst kümmern wir uns um den Startzustand. Dieser hat mehrere Transitionen für die Buchstaben A und N, was in einem deterministischen Automaten nicht zulässig ist. Deswegen entfernen wir jetzt diese ungewollten Transitionen. Wichtig ist hierbei allerdings, dass die korrekten Transitionen erhalten bleiben, also die zu den Zuständen A und N. Die Übergänge der akzeptierenden Zustände hingegen müssen wir nicht anpassen, da der Automat weiterhin genau dann akzeptieren soll, wenn eines der Wörter Ananas, Anona oder Noni vorkommt, egal was anschließend noch gelesen wird. Das heißt, sobald wir einmal in einem akzeptierenden Zustand sind, bleiben wir auch dort. Allgemein gilt für die neuen Übergänge, wenn wir in einem Zustand sind, der angibt, dass wir bereits ein Präfix U von einem der gesuchten Wörter gelesen haben und jetzt ein Delta lesen, dann gehen wir in den Zustand über, der dem längsten Suffix von U-Delta entspricht. In dieser Aufgabe zum Beispiel benötigen wir vom Zustand Anon eine Transition zum Zustand Noni, wenn wir ein I lesen, denn das längste Suffix von Anoni, welches einem Zustand entspricht, ist genau Noni. Lesen wir hingegen im Zustand Anon ein O, gehen wir in den Zustand N-O über, mit der gleichen Begründung wie zuvor. Analog tragen wir weitere Transitionen in unseren Automaten ein, um ihn deterministisch zu machen. Um die Lösung übersichtlicher zu gestalten, greifen wir auf den Hinweis zurück, der uns erlaubt, einige Transitionen textuell zu beschreiben. Wir definieren unsere Übergangsfunktion nun so, dass wir in den Zustand A übergehen, sobald wir ein A lesen, in den Zustand N übergehen, sobald wir ein N lesen und in den Zustand des leeren Wortes übergehen, sobald wir ein Buchstaben ungleich A und N lesen. Immer unter der Voraussetzung, dass keine andere Transition für diesen Buchstaben eingezeichnet ist. Und damit haben wir einen möglichen Lösungsvorschlag für Aufgabe 4.1b konstruiert und sind fertig. Ein wichtiger Hinweis noch, da es sich hier um ein Video handelt, habe ich natürlich nicht alles aufgeschrieben, was zur Lösung gehört, sondern viel auch nur erklärt. Für eine schriftliche Lösung dieser Aufgaben müssen wir das natürlich alles hinschreiben. Wie ihr das am besten macht, könnt ihr in den Lösungsvorschlägen in PDF-Form, die ihr Moodle findet Narko.